Schon wieder Paragon Update kommen, sorry Leute. Aber das ist in die Open Beta gegangen. Wahrscheinlich dann... Ja, selbstständig sind jetzt in der letzten Zeit ein paar Updates gekommen. Boah! Alter, weg von der Granate! Geh rüber! Tyler. Taylor. Alter, du Scheißkarre. Oh Mann. Hm. Auf! Das will mir jeden Weg vorenthalten, wenn ich gehen sollte. Alter, ste... Was soll'n die Scheiße? Boah. Ja. Ich glaub das hast du selber zerstört, ich weiß es nicht genau. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich bin auf die Auflösung gespannt, ob's da überhaupt eine gibt oder ob man die überhaupt verstehen kann. Boah, Alter, ich hab dich gesehen, da wollte ich grad drauf schießen, du Arsch. Boah. 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 αι. Boah. Boah. Ist da noch irgendwas? Ne, da bewegt sich grad verdammt viel. Schnell da durchrutschen. Was ist denn das jetzt? Ein Weg in die Galaxie? Oder was? Jetzt spielen wir No-Mans-Sky's. 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 Boah, ey. Das ist ja Freiheitsberaubung. Jeglicher Verstoß gegen jegliche Menschenrechte sind das ja. Das ist ja Überwachung auf ganz hohem Niveau. Jetzt faggeln wir die Scheiße jetzt hier ab, ey. Das Herz der Koalissens. Ich hab den Baum des Lebens abgefaggelt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann machen wir das nochmal mit dem Staffelwerver. Schneeball-Effekt. Ja, genau so ist es. Es versucht uns mit allen Mitteln aufzuhalten. Aua! Es hat gerade ganz gut geklappt. Äh... Redet Handtricks? Äh... Red ich gerade diese dumme Scheiße jetzt? Fick der in Frieden. Was ist denn der Fall? Boah, Alter! Nein! Alter, fahr weiter. Ich sehe jetzt nicht, dass da unten direkt drei Stück rausgeschossen kommen und nochmal drei Vormales vorhanden werden. Oh! Die sind alle wieder da. Komm, leiden wir nach. Wir bekommen ein Arschrullcrash. Ist der Tür hier? Nein! Oder nicht, hier haben sie. Oh! Boah! Nein! Oh Mann ey! Warum sind die so schnell? Ach is das gps 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 Alter, ist das jetzt weg? Ich wollte die Razorback aufheben, nur so, hier. Geile Sache. Hast du das so gedacht, du Arschgeige? Schöner MP, boah. Geht das alles viel besser? Nein! Wo kommen die dann ständig immer wieder her? Ach so, dann geht mir das Scheiße hier auf den Sack, hm? In dieser Parallelwelt, oder was weiß ich, was er so auch darstellen soll, irgendein Arsch. Arschloch, Scheiße hier irgendwas. Die tiefsten des Dickdarms. Die tiefsten des Dickdarms. Werden wir alle arbeitslos, wenn er viel ist? Das sind Gottverdammte Soldaten einfach. Die kriegen das Kacke. Wer soll meine Familie ernähren? Mh! 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 das sind leer. Weil wenn wir nicht mit nem Scharfschutz und dem wer schießen kann, sollte man das nicht unbedingt ausprobieren, mitten vorm Gegner. Hier oben haben wir eine schöne Position, glaube ich. Was?! Halt bald Scheiße bei dir, Freundchen. Ist jetzt hier Ruhe? Oh Gott, ich muss mich erschrauben. Wie kann man hier zoomen? Na ja, nur den Atem anhalten. Was ist los? Da sterben sie schon freiwillig. Ah, sie hat so 3 Salven oder so? Äh, die Kuh? Automatiksalve? Stehen nirgends. Alter, hör doch mal auf zu schießen. Schießt das Ding automatisch, wenn ich an dem Ziel habe, oder was? Haben wir fast zuvor gerade. Alter, ich schlaf gleich ein. Halt die Fresse! Ich weiß selber, wann mir kalt ist oder nicht. So, scheiß auf die Knarre, die ist kacke. Ja, das hier war auch nicht gerade besonders gut, was ich gerade gemacht habe. Ich habe aber vergessen, dass die da oben auf der Kugel schon stehen. So. Komm, der nächste. Der ist noch nicht richtig gespawnt, dann habe ich schon die Kuhlen im Arsch. Jetzt muss ich mir die Sülse wieder anhören vom geschmolsenen Schnee auf meinem Pimmel. Was? Äh, kannst mich mal. Oh, Frost, oder was? Hast du Lust auf Nyas oder so? Hier ist Gedankenmanipulation. Hier ist aber jetzt kalt. Er ist jetzt kalt. Wann, hier waren doch eben Arschvollgegner. Jetzt wird immer die gleiche Sülse wieder. Nein! Oh, so langsam geht es mal echt auf den Sack. Vor allem muss ich den Scheiß hier wieder machen. Was war denn der andere? Hallo? Nirgends, okay, noch besser. Willkommen zurück. Hab ich dir schon mal gesagt, dass du nervst? Ich bin so heiß. Ich bring den Schnee zum Schmelzen. Alter! Alter! Da stehen auf einmal... Da steht da eine halbe Armee plötzlich vor dir. Ist jetzt Ruhe hier, oder was? Das sieht ja mal ganz gut aus, oder? Da kommen bestimmt gleich noch irgendwelche Geschissen. Kann man hier noch rumlaufen? Unglaublich. Warum geht das? Was soll ich mal mir meinen, dass da was wäre? Ja, das sein könnte. Ist mal aber egal. Ich will jetzt weiter. Scheißegal. Komm, hier mal aufzuschlagen. Das ist eine Schießerei, Alter. Ja, bleibt genau in der Granate stehen. Taylor kann das. Ich krieg... Ich krieg die Verletzung ab. Ich stehe einen Kilometer hinten dran. Er steht voll drauf. Aber eigentlich lacht, der hätte den Schuh drauf gehalten, dass ich nichts abkriege. Das ist Realismus pur. Naja, aber das will man in Call of Duty auch nicht. Ich find's halt nur scheiße, dass irgendjemand auf einer Granate draufstehen kann und ich krieg den Schaden, Alter. Und ihm ist alles scheißegal. Das geht mal so ein bisschen auf den Sack. Oh oh. Ja, dafür ist er gut, ne? Taylor! Du stehst die ganze Zeit neben mir! Sag mir bitte, was machst du denn? Och, nö! Ist... Ist nicht dein Gottverd... Och, Alter. Ey, ich krasse aus. Muss ich mir den ganzen Scheiß nochmal anhören. Nee, Alter, wirklich. Irgendwo hört's auch auf. Mann, Taylor, du alte Socke! Wie konnte der dort hochkommen? Och, Mann, Alter, die Fresse sind jetzt riesig. Ich hab' die gleichschöne Reise geschossen. Ne, Flocken. Ich hab' voll in die Schnauze. Ich hab' voll in die Schnauze. Ich hab' voll in die Schnauze gesessen. Oh oh. Wer schieß denn hier? Da oben sah einer. Ach, cool. Taylor. Da müsste jetzt aber Ruhe sein. So, warum nicht schlacken ist jetzt? Der Panner da oben nicht tot. Der in Markampfang kommt. Oh 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 oh. Oh oh oh. Komm, komm. Der respawnt. Erbel. Danke. Oh oh oh. Ich hab' die Kugel-Metal-Tür durchgeschossen. Servus, Sniper, Willi. Der Nächste. Noch einer. Oder? Da läuft doch was. Ah ne, jetzt war ne Kanade. Da ist auch niemand mehr. Gut. Was musst'n du da oben? Trettern. Trettern für Anfänger. Ja, hier wird vielleicht alles langsamer. Ah ja. Da kann man jetzt vorrücken. Scheiße. Da ist noch einer. Oh, da kommt auch mal einer gerannt. Oh, da kommt auch mal einer gerannt. Oh man. Haben wir's jetzt hier. Sieht mal so aus. Dann bitte jetzt mal Fortschritt speichern, Leute. Drückt mir die Daumen. Nächste Galatie. 영ah. N�. N отно nan notch honour beleh turning rein. Und verlieren die regionalen Handw publisher aber auch. Ach Scheiße wollen die Rolldinger auch noch mal senior machen. Ist noch nicht mehr fair. Irgen'n RS zalaz klinge Granater hergeschmissen. Was bist denn DU? Ach das ist einそうですね. Abwurfsgerät oder was? Ich fucke dich ab. Ja. Kein Raps-Fan. Auszeichnung geschafft. Ja. Vielleicht nicht von den Link getroffen worden. Wäre ja eh tödlich hier. Ah, jetzt ist noch das letzte Tür oder was? Ja. 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 Wer will das schon? Hört sich gut an. Okay. Nein. Boah. Alter, wie habe ich denn das überlebt? Alter. Es war eigentlich unmöglich, das zu überleben. Okay. Nee. Boah. Nee, dann geht's. Boah. Und schon wieder müssen wir die Scheiße hier... ...machen. Boah. Und hier waren wir eben überall schon durch. Boah, Leute. Ich beende es an dieser Stelle, die Aufnahmereihe. Und mache dann doch noch eine Aufnahmereihe. Weil das ist jetzt auch schon wieder zu viel gewesen. Und ich würde auch gerne mal gucken, wie das Mikro wirkt. Also dann fahre ich jetzt noch fünf Folgen. Okay. Aber ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal. Dann wahrscheinlich im Finale von Black Ops 3. Weltwarten Spooky. Bis dahin. Ciao. Fui.